Ich will euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Normalerweise mache ich das ja nicht. Also das ist nicht so meine Art. Aber dieses Jahr habe ich echt viel bekommen und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Video wert, weil ich mit vielen auch nicht gerechnet habe. Ich zeige euch auch gleich das erste. Als allererstes hat sie mir so von Fanfare, ich weiß nicht, ob das viele kennen, das ist aber eine sehr teure Marke angeblich und die schmecken gut. Ich habe nämlich schon eins davon gefuttert. Hat sie mir diese Röllchen geschenkt. Wo gebe ich das jetzt bloß hin? Und dann noch selbstgebackene Kekse, die ich endlich mal essen sollte. Machen wir das von den Arbeitskolleginnen zuerst. Ich habe nämlich von meiner Abteilungsleitung auch was voll Süßes bekommen. Ich will das gar nicht aufmachen. Da ist ein Weihnachtsmann drin und da draußen sind Schokoteile mit Tieren drauf, weil sie genau weiß, dass ich das mag. Ich weiß gar nicht, was da unten drin ist. Ich sollte das mal aufmachen, oder? Aber ich will es nicht aufmachen. Ich möchte nur wissen, was da drin ist. Da ist nämlich eine kleine Schachtel. Soll ich es aufmachen? Machen wir es auf. Dann haben wir den Überraschungseffekt gleich im Video. Ich weiß nämlich noch wirklich was da drin ist. Aber es tut mir leid, das aufzumachen, weil das war so süß. Aber ich habe es eh fotografiert. Okay. Ich meißen wir das mal kurz daher. Das ist der Weihnachtsmann. Oh. Irgendwie habe ich es gewusst. Oh. Lavendelöl. Weil sie macht das ja selbst. Und ein Duftsäckchen. Von einer anderen Arbeitskollegin habe ich die Kapseln bekommen für meine Kaffeemaschine. Da habe ich mich so drüber gefreut. Das fand ich nämlich sowas von süß. Das war nämlich so einpackt und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist, weil das habe ich überhaupt nicht entziffern können. Ich finde das so cool, dass sie mir die geschenkt hat. Und da fliegen die gleich. Weil die Latte Macchiato sind mir sowieso ausgegangen. Aber ich glaube, das war es jetzt von den Arbeitskollegen. Dann kommt ein Geschenk, über das ich mich sowas von gefreut habe. Und zwar gibt es aktuell von der Paris Hilton so eine Haar... Nicht Pflege, also Produkte, so wie das hier. Und ich wollte unbedingt dieses Produkt haben, weil man damit Wellen machen kann. Das sieht so aus. Können Sie das sehen? Ich wollte das unbedingt haben. Es funktioniert auch relativ gut. Ich habe auch in der Broschüre gesehen, dass man das abwechselnd auch machen kann. Entweder man macht so kleine Wellen, die ich habe, oder man macht größere Wellen. Ich meine, mit meinen Haaren wird das jetzt schwer sein, größere Wellen zusammenzubekommen. Ich habe das auch gestern gemacht. Der Sinn schaut ja schon so ausgleichert aus. Aber ich wollte mir jetzt nicht nochmal neu machen, weil es schaut eigentlich eh relativ okay aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse das so. Und so sieht das Teil eben aus. Da quetscht man seine Haare rein und dann kann man eben Locken machen. Ich habe das schon so oft bei den amerikanischen YouTubern gesehen und wollte das unbedingt haben. Und das Lustige war, ich habe meiner Mom gesagt, wenn ich das jetzt... Weil wir haben zusammen Reclame geschaut. Und ich habe zunächst gesagt, wenn ich das jetzt ausschneide und auf einen Zettel klebe und aufs Fensterbrett leg... So bringt mir das das Christkind. Meine Mom und ich haben so lachen müssen. Und sie haben es mir dann doch besorgt. Das fand ich so lustig. Ich habe mich so gefreut darüber. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Über das habe ich mich wirklich sehr gefreut. Es geht auch wirklich schnell, diese Wellen zu machen. Es dauert echt nicht lange. Das zweite Geschenk ist von meiner Schwester Susi und von ihrem Freund. Jan und ich haben Schokolade gemeinsam geschenkt bekommen. Mal schauen, wie lange sie noch lebt, bis der Jan wiederkommt. Da hinten war nur ein Scherz. So sieht die aus. Die ist ganz schön groß. Da fehlen noch leider schon ein paar Stück. Kann passieren. Dann kommt das Geschenk von meinem Bruder. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er mir auch was schenkt. Ich habe ihm auch was geschenkt. Das könnt ihr in dem Vlog-Video dann sehen, bald. Weil ich habe das ein bisschen mitgefilmt. Ja, ich habe von ihm ein Pokémon bekommen, wenn mir das so gut gefallen hat. Ich habe nämlich auch den Anstecker davon. Mimiku heißt das, glaube ich. Oder Mimikma. So irgendwie in der Richtung. Das kann halt Pokémon nachmachen. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ich liebe dieses Ding. Und ich bin so happy, dass er mir das geschenkt hat. Das ist doch die ursüße Idee. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Wirklich nicht damit gerechnet. Ich fand den so, so süß. Ich habe mich so gefreut über den. Ich finde den so knuffig. Dann kommt noch meine Cousine dran. Aber da habe ich gerade noch was von meinen Freundinnen in sich gehabt. Meine Cousine hat mir auch Schokolade geschenkt. Ich habe das natürlich nicht heuer ziemlich fett. Die habe ich nämlich lustigerweise auch meinen Arbeitskolleginnen geschenkt. Äh, ja. Sieht man in einem anderen... Nein, sieht man leider nicht. Habe ich zeigen vergessen. Aber das sind auch die, die ich auch unbedingt selber haben wollte. Also passt das eh. Und dann habe ich natürlich auch eine Karte. Und... eine Melone-Seife. Über die habe ich mich sowas von gefreut. Ich glaube, ich würde die niemals verwenden. Die riecht richtig so wie eine aufgeschnittene Wassermelone. So sieht die aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals verwenden würde. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Die riecht sogar durch den Papier durch. So, und diese süße Tasche. Als allererste zeige ich euch das Kleine, weil das geht schneller. Ähm, er hat mir Sachen für meinen Schminktisch geschenkt. Finde ich wirklich cool. Nur das Problem ist, ich habe schon so viel da stehen und weiß jetzt nichts, was ich weggeben soll. Er hat mir nämlich so eins für Kajalstift oder Lip Liner geschenkt. Das finde ich voll cool, weil da kann ich endlich meine Mini-Sachen, die ich da in der Lade habe, endlich mal da reingeben. Dann vergesse ich nicht immer die Hälfte. Finde ich wirklich cool. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Das heißt, ich sollte mir mal Zeit nehmen und meinen Schminktisch wieder sauber machen. Und dann wieder umstellen. Die Frage ist nur, wohin mit dem Ganzen. Aber ich habe mich wirklich drüber gefreut. Das ist echt cool. Ich kriege es noch nicht auf. So. Dann habe ich was geschenkt bekommen. Das haben wir sich sogar vor ganz, ganz vielen Monaten zusammen angeschaut. Und über das habe ich mich auch sehr gefreut. Da kann man Lippenstifter reinschlichten. Das nimmt, glaube ich, auch sogar nicht so viel Platz weg. Wenn ich diese Stifte hier, na, die sieht man jetzt im Video nicht. Wenn ich da ein bisschen anders alles organisieren würde, glaube ich, würde ich das sogar hinkriegen. Ich will da irgendwie meine ganzen Mac-Lippenstifte reintun. Weil mein Kasten ist sowieso kaputt und irgendwie will ich da meine ganzen Mac-Lippenstifte reintun. Damit ich auch dran denke, die zu benutzen. Ja, schieben wir das mal. Nein, gehen wir es lieber wieder in die Schachtel. Also es passiert vielleicht irgendwas. Das letzte finde ich auch voll cool. Da kann man nämlich die Binsel drinnen aufbewahren. Ich kann es euch leider jetzt nur so in der Hülle zeigen, weil ich habe es noch gar nicht auspackt. Da sind Kugeln drinnen. Ich hoffe, man sieht das überhaupt. Da sind Kugeln drin, wo man dann die Binsel reinstecken kann. Und man kann das aufklappen, dass die Binsel nicht schmutzig werden. Das finde ich so cool, weil im Hintergrund, ich glaube, da könnt ihr, da, da, seht ihr das? Habe ich Binseln in so einer Glasschüssel drinnen. Ja, und die werden immer dreckig. Seht ihr das? Immer. Und ich hasse es. Und ich glaube, das hat er von mir ziemlich wahrgenommen, dass mich das so nervt. Deswegen habe ich das bekommen. Das würde ich sogar da herstellen. Da würde ich ein bisschen umräumen und würde das sogar da herstellen. Und die Schüssel, die Steine, da, was da drin sind, würde ich sogar ausleeren und wegschütten, weil die sind schon so saualt und so verstaubt. Ich glaube, die kann man sowieso nicht mehr mehr retten. Ja, und da habe ich dann noch drei kleine Fächer. Was ich da rein gebe, weiß ich noch nicht. Aber ich muss sowieso erst mal ein Schminktisch aufräumen, weil das ist schon wieder total dreckig und eklig. Das geht leider so schnell, ich hasse es. Mir war es lieber, ich hätte es ganz anders. Aber, ja. Darüber können wir jahrelang diskutieren. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das so gefallen wie mir. Ich fand es richtig lustig, euch die Sachen zu zeigen. Es hat echt Spaß gemacht. Überhaupt dieses Eisen da, über das freue ich mich nicht am allermeisten. Das wäre unfair. Mir gefällt alles. Ich habe mich über alles total gefreut. Ich habe auch alle anderen zuerst auspacken lassen, als dass ich endlich mal auspacke. Ich habe als letzter, glaube ich sogar, na blödsinn, mein Bruder war der Letzte, der auspackt hat. Und ich wollte seine Reaktion unbedingt filmen, weil er eines nicht erraten hat. Ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Video. Auch wenn es jetzt mir ein bisschen relativ kurz vorkommt. Aber ich bin so happy mit meinen ganzen Sachen. Ich habe mit vielen wirklich nicht gerechnet. Und ja. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Und ich kann euch auch mein Video verlinken von Follow Me Around, wo ich mit dem Roman auch unterwegs war, wo ich auch beim Friseur war. Viele haben es eh schon gesehen, habe ich mitbekommen. Weil ich habe das Gefühl, der Kanal geht irgendwie ein bisschen unter. Den verlinke ich euch unten, das Video. Das ist nämlich echt interessant, finde ich. Also ich fand es voll lustig, das auch zusammenzuschneiden. Ja, das war es. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye! Bye!